Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft-Leben mit dem Osterion, wo auch immer der kleine Schlinge sich gerade auf mich verpaltet. Halleschön. Dann sitzt der Fischchen da wieder oben in dem Bäumchen. Das heißt schon, ja. In der Zwischenzeit habe ich Geld gefarmt. Ja. Jetzt hole ich mir einen Schulabschluss. Schulé. Jetzt kommt es in Ode 4. Hauptschulabschluss? 3, 2, 1, 3. Don't know. Aber, stopp. Egal. Ich lass mich davon nicht, ja, was auch immer. Realschule 3, warte, Hauptschule ist da dabei, ja. Abitur, nee. Also in der Zwischenzeit habe ich dieses wunderschön Lagerhaus fertig gebaut und eingeräumt. Abitur, Abitur, Abitur. Hauptschule. Steuern, 15%. Stundenlohn. Ja, moin. So. Das ist ja null so ungefähr. Auftragskiller. Realschule 1. Auer. Auer. Natur. Zauberer. Hauptschule. Wirt. Ich bin aber nur 1000 für. Polizist. Jobkündiger. Kellner. 850. Das ist ja richtig scheiße. Äh. Züch. Rüchter. Realschule 2. Bei uns war auch passiert. Sag ich jetzt mal, weil Fabi irgendwie das so nicht sagt. Ich stand ja hier, bin jetzt zu lang gelaufen und dann hat mich jemand hier getötet. Da sieht man mal, oh. Da sieht man mal den Fleck. Und deswegen haben wir Dierrüstung bekommen und ein Schwert bekommen. Und. Eigentlich haben wir nur 64 Diamanten bekommen, aber ne. 24 Blöcke. Nein, wir haben keine neuen Stacks. Ja, aber wir haben 64 Blöcke bekommen. So. Diamantblöcke. Ja, wir haben 64 Diamantblöcke bekommen. Äh, ja. Kann ich da jetzt mal kurz um. Obwohl, ne, komm, lass uns so, da ist aufgeräumt. Wollte ich grad sagen, also. Metzger oder mein? Ne, ich kann nur meiner machen, wenn dann noch. Weiß ich nicht. Du musst halt auf deiner Note gucken. Ja, ich weiß, das heißt ja. Ich kann ganz viel gar nicht machen. Ich kann jetzt noch einmal wiederholen die Schule. Ich komm, was ich mach? Was mach ich überhaupt? Ich spiel. Ja, ich weiß nicht, du hast ja theoretisch was, ne? Ja, ich will. Kein Schnell. Einer, zwei, eins. Ja, okay, zwei. Bald die Stunde ist halt eigentlich scheiße. Egal, komm. Na, mach ich meiner. Alles klar, Richter ist an mir. Und dann hast du jetzt im Chat immer slash Lohn an, gibt's jede Stunde, bekommst du halt einen Lohn. Ja. Lohn, kann ich erst in 40 Minuten wieder anfordern. 370.000 hab ich jetzt noch. Was? Moment mal, slash auf. Ey, da könnte sich einer, zum Beispiel jetzt ein Realschuh-Dings holen. Oder wie viel hast du? 370. Was hast du? Ich hab 200... Das reicht doch. Ja. Okay, slash... Money... Hey... S... Rein... TV-Unterstiche... T... 300. Hallo? Dumm-Pad... 300. Was glaub ich, wie die Sound sind, ist viel zu laut. Yo, geil, bin reich. Yo, ciao. Ah! Wir zu bief, hä? Wir zu bief. Nein, 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 gönter. Genau, die hätte ich nicht mit meinen Realschubschluss erst an. Ich glaub' ich hier. Von vier? Na, drei. So, äh, 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 Job. Na, ideal ist dein Ding hier ja nicht, ne? Mir bleibt ja ein bisschen was liegen. Ja, das war, weil ich... Hä? Eigentlich nicht. Bei mir sind jetzt hier ein paar Kartoffels und ein paar Möhrchen liegen geblieben. Dann müsstest du länger Wasser anmachen. Kann sein, ja. Okay, jetzt lass mich da mal nach dem Job gucken. Mafia. Scheiße, 2, 3. Trainer, Schmied. Schmied begeistert. Stunden und 2, 2, 7. Aber der Preis für die Ausbildung kostet schon mal 15.000. Und... Wie hast du jetzt noch? Ähm... Ach... Ja, ich schreibe schon schwer. Ich hab 30. Ja, ich glaube, es wird trotzdem nicht reichen. Ähm... So... Ach, leck mich doch. Nanananana... So, jetzt haben wir gleich alles wieder neu angepflanzt. Pflanzt, 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 pflanzt. Gut. Ready. Nice. Ich geh arbeiten. Was meinst du mit arbeiten? Slash arbeiten. Slash ar-bei... Mh... 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 Das will ich noch aufstehen! Höhenarbeiterarbeiter, Höhenbearbeiter, verdiene Geld, du kannst 15.000 verdient. Deine Aufgabe ist das Erde zu sammeln. Ach lol. als wäre das finde ich aber das nervigste ich mach den ganzen Jäger halt ich mach alles aber die Jäger mache ich am liebsten Fortschritt 250 ach du scheiße ach ich muss jetzt auch noch vom Spawn weglaufen ja ich mache einfach mal direkt random teleportieren ja das endet bei mir immer richtig geil ja ich bin im Wasser gelandet ja das endet bei mir auch immer im Wasser Level 1 von 5 Level 3 von 5 oh ich hab schon LK 60 pro Stamm na gut 250 hört sich zwar viel an ne es ist auch ich weiß nicht wie du ich hab's ja schon mal zu dir gesagt Holzfällen ist kostet das einfachste aber es geht auch trotzdem fisch das ist das nervigste ist es auch Mann gut ich hab jetzt schon 1000 Euro verdient ne ich hab 600 weil ich zwei Tiere tötte habe was ich glaub ich werd gleich Tierjäger nein es heißt nur Jäger es ist Tierjäger ja ist wieder egal nein es war ein Unterschied ob du wirklich 600 für zwei Tiere kriegst ja aber das Ende gibt es ist gleich ja das Ende gibt es ist gleich dafür muss ich nur 50 Tiere töten und du hast 250 dann bekommen wir jetzt genauso gleich Geld raus ja ich hab jetzt 49 dann kriegst du jedes Mal 15.000 dann kannst du ja gleich deinen Job nehmen ne ja da ist ja noch ein bisschen höher ich krieg keinen extra Lohn dafür wenn ich ein Schwein töte da müsstest du euch ja selber töten ich hab mein Schweineskin nicht an ja lass mich hin oh nein hallo hab auch kein äh 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 Mädchenskin ja heisst nicht Fabi und ja ich mein es mein ja ja ich weiß es echt nur meins Prozent n und tschüss ohne nehmen okay zur Arturohnen und Physiker die Hälfte habe ich schon mal ja gut über die Hälfte ich hab 6 Kalt ich hab zwei bis 7 naja du bist das was hier finden das ist an das andere sache ich verdiene 60 pro holzstück der jünger so leckend ist so langsam mein kopf mir gehofft so ein pilz ne kann ich nicht töten nachts hallo creeper dich kann ich auch töten aua das umgemacht mhm tja nein alles n tja du bist ja richtig hirn verbrannt so du da muss es sein ja holzfäller hallo jedes mal ich dieses ziel erfüllt habe steig ich ein level auf nein ich jedes mal bist du ja mit eigenschwert gestartet oder nein holz oder ja welches level bist du jetzt 3 3 also ich habe bei level 3 theoretisch gold nein doch nein ich bin über level 3 und da hat man kein gold ähm wird hier bei level 2 auch nichts neues bekommen vielleicht weiß ich nicht kann ich wieder gucken ich weiß nicht was ich bei 3 aber auch ich glaube kein gold hallo creepy hallo skolatti tja ma tschüss skolatti kann ich eigentlich kann ich eigentlich hä 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 ach so warte h h h äh Nee, das war von Anfang an. Mhm, natürlich. Nein, das ist wirklich so. Natürlich. Hallo, Kipi. Hinter mir war noch ein Kipa. Ups. Hallo, Zombie. Es waren ja nur drei Tiere. Das sind K. nämlich gerne an mich. Und? Mhm, 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 mhm. Da ist er scharf. Wow. Wow. Mhm, Kipa. Tschüss, Kipa. Er ist scharf, ey. Oh, Skelett. Scharf, Schreck. Oh, Skelett. Und? Pause und dann ist von mir. Ich werde in der Sprüche. Achso, weil ich hier noch nicht bei Arbeiten bin. Aber als Jäger arbeiten... hm 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 Ich muss mal lernen. Ah, ich habe 300 Euro verlieben. Hä? Danke. La 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 la. Ich habe 200 Euro verlieben. Respect. Manchmal geht es übelst schnell. Manchmal dauert es sogar so übelst lange wie ich gerade. So. Ah, hier sind Tiere. Finde ich sehr gut. Ja, wir sind das vierte Tier. Haben wir ja schon gar nicht mehr. Ja, hier sind ein paar Tiere. Juhu. Hm. Zombie, zählst du auch als Tier? Hm. Ach, Leuma hat nur 16 Pfeile. Hallo. Hätte ich vielleicht ein bisschen denken sollen. Ja, du denken. Ja, jetzt habe ich gar keinen Pfeil mehr. Tja. Ich habe fünf Viecher. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe 40. Das ist 40 Tier. Ja, aber du willst lange eigentlich heute. Mh. Mh. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es nicht fallen, dann lasst uns... Aua. A. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschau. Gott.